Wir gehen mit zwei großen Fragen in den Abend. Die erste ist, wird Theresa May, die britische Premierministerin, ihr Misstrauensvotum im Unterhaus überstehen oder nicht? Und wie wird sie danach dastehen? Die zweite Frage ist mit Blick nach Frankreich. Wird der Attentäter von Straßburg gefangen heute Abend und sein Komplize? Das alles und vielmehr um 23 Uhr in unserer Sendung der Tag hier bei Phoenix. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.